So, nachdem ich den Weg wieder nach oben erkämpft habe und jetzt den Schalter aktiviert habe, bleibt mir nichts weiteres zu tun, als den ganzen Weg wieder hinunterjumpen. Aber ich werde das hier vorne an dieser Stelle machen. Dass ich vielleicht die Gelegenheit habe, ein paar Schätze nachzureifen. Oh, ey, so mies, ey. Mitten im... Dings, dass ich die Kamera date. Ah, nicht runterfallen. Genau, mach das mal alles mit Magidona. Schade eigentlich, ich hätte es fast geschafft. Ich drücke nur noch um und einen Millimeter nach vorne und schon dreht er sich eine halbe Runde. So, der andere ist da. Die Dinger haben sich jetzt erst nach dem Kampf ein bisschen rüber bewegt, so wie es scheint. Ach, kacke, ich komme hier nicht rein. Aber hier drinnen kann ich vielleicht kämpfen. Oh, nee, kann man auch runterfahren. Oh, das ging noch mal. Das war bestimmt nichts, wenn ich schon bei Ursula Probleme hatte. Oogie Boogie, gib mir das Herz wieder. Du willst es haben? Dann komm doch hier und hol es dir. Wollen wir doch mal sehen, ob sie mir folgen. So, ihr Herzlosen. Was ist das alles? Jemand will mir gehorchen? Oh nein, ich will hier nicht rein. Aua. Ich will nicht da rein. Also erstmal die Her... Au, ein Würfel hat gerade 50% Life gekostet. Ich sag halt, der Kampf wird übel werden, wenn ich es überhaupt schaffe. Ja, nee, ich muss jetzt erstmal ein paar Items farmen und... Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ob ich wenigstens die Schätze. Nein, natürlich nicht. Was für eine Verarsche. Das ist ein Arma. Boah, ich dachte schon, ich falle. Zu viele. Schade, da war kein Item mit runter. Was ist das? Ja. So, und jetzt werde ich einfach nochmal kurz zurück und wieder rein und raus gehen. Damit wenigstens der Checkpoint saved. Oh, ich bin runtergefallen. So, wenn die Kamera so durchdreht. Unbedingt aufhalten wollte ich mich ja jetzt hier nicht noch. So, ein Versuch noch. Ansonsten war es das ja erstmal klar. Warum kann ich das nicht noch mal springen? Ich muss mir das alles nochmal angucken. Jetzt. So, der steht vorne. Also, ich muss nochmal die Gegner zunezulocken. Was eigentlich so vorschwer ist. Einnahmen zu trocken, ist schon mal gut. Oh, mein Controller-Aku ist bald leer. Das passiert natürlich mitten im Kampf. Oh, das ist so gut, glaube ich. Und jetzt? Was hätte ich machen müssen, wahrscheinlich. Ich muss hier wieder neue Feine. Ja. Das ist es. Da ist ein blauer... Schade. Ist nichts. Versteh ich nicht. Oder bin ich einfach nur im falschen Link. Boah, diese doofe Kamera, das nervt tierisch. So, blauer Schalter. Oder lila. Ist besser als der nächste Fall. Ja, also man muss einfach nur auf den Boss hinkommen. Ah ja, wir haben nur Schaden gemacht. Wenn das noch ein paar mal passiert, dann gehts. Aber ich glaube, der Kampf wurde noch deutlich schlimmer. Ja. 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 Ich glaube, da ist das jetzt. Ja. 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 Das war gut. Kann ich dazu kommen, die Lanzweite? Lol. Das ist nicht wahr. Dann heißt es wohl doch erst mal noch trainieren. Jetzt bin ich eh wieder oben. Könnt ihr zwar einfach runterlaufen, aber ich glaube, darauf habe ich jetzt eh erst mal keinen Bock. Ne. Na gut, an dieser Stelle beende ich es erst mal. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei Kingdom Hearts weitergeht, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann das ganz einfach oben rechts tun. Vielen Dank. Tschüss.